Ja moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 13 One on One. Heute spielen wir Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen. Also beide die 04. Schalke spielt der Tim, wie ihr gerade schon vielleicht gehört habt. Hallo. Und ich spiele dem Falle dann Leverkusen. Ja, dann können wir mal anfangen, würde ich sagen. Du wünschst dir auch, dass das Spiel 04 ausgeht, ne? Ja, 0-1 rechnet auch aus, ne? Hauptsache ich bin, ne? Gucken. So, dann fangen wir mal an. Neustädter am Ball. Er freist geniales Schalke 04 im blauen Ball. Na, klasse, ey. Das ging ja ganz, ganz schnell. Was war denn da los, ey? Komplett offen, ey. Da war ich aber noch gar nicht im Spiel, ey. Das müssen wir uns gerade mal nochmal angucken. Das stand ja aber komplett frei, ey. Vor allem Leno auch im Schalke-Trikot in blau. Ah. Kämpfen. Hau, du. Ey. Oh, was für ein Pass. Da ist Mitchell Bastos. Ganz frei. Ja. Da muss ich auch noch mal ein bisschen zehren, ey. Damit der da nicht komplett weglaufen kann, ey. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch. Los, Rolfes. Sieh, Junge. Sieh, Junge. Sieh, Junge. Oh, der Mareka. Das gefällt mir gar nicht. Jawoll. Was? Den hab ich doch an dir vorbeigelegt, ey. Was hat er sich angespielt? Oh, wieder so ein Traumpass, ey. Oh, Hilfe, ey. Falke macht Alarm. Oh. Nein. Bänder am Ball. Bänder auf Sam. Der zieht jetzt mal ein bisschen. Jawoll, schön. Oh Gott, ey. Da will er es mit der Brechstange probieren, ey. Das kann ja nichts werden. Oh, Sam bleibt hier. Oh. Endlich mal eine gute Chance, ey. Aber da muss ich gleich mal schauen, was mit Sam ist, weil der ist wirklich lange liegen geblieben. Ich hoffe nicht, dass der verletzt ist oder so. Ach, Mann, spielt ihn doch. Ja, Rolfes! Endlich mal eine gute Chance, ey. Zweite Chance überhaupt, glaube ich. In der 34. Minute. Und da legt er ihn schön ins lange Eck. Jawohl, gute Rätsche! Bänder am Ball. Oh. Da ist Sam. Oh Mann. Wie dreht sich gerade. Wo willst du hin, Junge, ey? Na, Schalke, immer noch extrem schneller. Wenn sie erst mal in Gangl sind, dann sind sie schwer zu stoppen. Okay. Das war jetzt doch relativ einfach. Oh! Nein! Gut gemacht von Höwedes. Hey! Ja. 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 So Halbzeit 1 zu 1 Unentschieden Meiner Meinung nach Verdient Bei beiden Mannschaften Gut Druck gemacht haben Und schauen wir mal Was die zweite Halbzeit dann bringt Oh Die Spielstatistik sagt Eigentlich genau das gleiche Schüsse fast gleich Schüsse aufs Tor gleich Gut der Ballbesitz ist Bisschen mehr bei Leverkusen aber ansonsten Es nimmt sich alles nicht viel Würde ich sagen Ist Sam verletzt? Das schauen wir mal gerade Gut dass du mich daran erinnerst Ah bitte Nein das hat zum Glück nicht Dann würde ich sagen Lassen wir die Aufstellung mal so Weil eigentlich hat sie mir nachher Als sie nachher in Gang kam Hat sie mir eigentlich doch ganz gut gefallen Oh da feiern schon die Schalker Fans Da hört man sie schon Rumgrüllen Und das ist ja genau das was wir hören wollen Die Emotionen der Fans Was gibt's Schöneres für einen Fußballspieler Nein Solche Pässe vielleicht Kriegt er den? Ah Schön Der war gut Oh Und Ah Ah mit der Schulter an den Dumpen Wahnsinn Ah Oh der war gut gesehen Ah Gut gemacht Guter Spielzug von Schalke Da kam Mitchell Bastos glaube ich Extrem frei Zur Torchance Das darf nicht zu oft passieren Für Leverkusen Da muss Leverkusen Noch mehr aufpassen Nein Wer kriegt er nicht Boah Aber setzt gut nach Oh Kein Eckball Da hätte ich jetzt noch Eckball Spekuliert Das war das denn Klar ist er aber schon extrem gefährlich vom Tor hin und her gesprungen Das war schlecht gemacht von Leverkusen Das war schlecht gemacht von Leverkusen Ach meine Güte ey Foul Rolf ist schon fast platt Nein Und da ist ein Tor Abseits Ich dachte schon was macht der Tor Alter Da geht er gar nicht ran Ne Uhhh Ne Oh Ja manchmal muss man einfach spekulieren So ein bisschen Wo der Gegner hinläuft Oh das ist gefährlich Ah Schön nachgesetzt Und da ist er Ah Da haben sie mit zwei Mann die fünf Mann Abwehr gut auserhebelt Und André Schöle muss ich ihm zum Glück nur reinschieben Weil er schön frei stand Scheiße Höö was ist jetzt los So was will ich nicht Das ist so ein FIFA Black Den hab ich vorhin auch schon gehabt Ja auf einmal Mehr wert Oh jetzt gibt's rot Glaubst du selber nicht Dafür war ein Foul zu lächerlich Scheiße Ja! Was macht ihr denn da? Nein! 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 Geil Sache! Schalke schwimmt. Das muss man mal wirklich sagen. Schalke schwimmt. jetzt kann ich mir das annehmen vom normalen ball oder was es bitte die dem abverliefen nein doch doch ja interessantes spieler so soll wirklich sagen Sehr schön. Wie war das? Die reichten 1 zu 0? Ja, genau. Es war nur ein Torunterschied. Es hat nebenbei so ausgereicht. Ja, aber die Spielschüsse, wie gesagt, einiges war verdient, würde ich sagen. Zehn Schüsse, davon sieben aufs Tor, gegenüber bei Schalke sieben Schüsse, drei aufs Tor. Ballbesitzes liegt auch auf Leverkusener Seite. Ah, komischerweise haben meine Gegner immer die höhere Zweikämpfe. Da bin ich anscheinend nicht so gut. Aber dadurch kann ich es durch andere Sachen wegmachen. Schöne Sache. Ja, finde ich auch. Würde ich sagen, beenden wir das Let's Play hiermit. Schaut euch noch andere Let's Plays von uns an. Wir haben einiges parat. Und werden auch noch einiges aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.